Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn einem plötzlich der Hunger überfällt, wenn überraschend Besuch kommt, wenn man keine Zeit hat oder keine Lust hat, selbst zu kochen, kommen zu einem wie gerufen – die neuen Fertiggerichte von Coop. Immer abwechslungsreicher und immer raffinierter sind sie geworden und immer mehr von diesen praktischen Schnellverwönern gibt es jetzt auch in unseren Läden. Ein paar davon möchte ich Ihnen heute kurz vorstellen. Tutto Pronto heisst eine Linie mit verschiedenen Teigwarengerichten. Die lustigen Zweierportionen, eine Coop-Exklusivität, gibt es in sechs verschiedenen Varianten zum Abwechslung. Zubereitung ist denkbar einfach. 6 Dezis Wasser und 20 Gramm Butter aufkochen. Den Inhalt des Beutels einrühren und während 10 bis 15 Minuten bei mittlerer Hitze in der offenen Pfanne kochen lassen. Und schon sind die köstlichen Tagliatelle al Formaggio, die Farfalle al Pomodoro oder die Gnocchi alla Siciliana parat. Noch schneller und bequemer geht es mit Pasta Rapida, der Teigwarenrinie von Goldstar. Eine weitere Coop-Exklusivität, die Sie in unserer Tiefkühlabteilung bekommen. Die Cantarelli ai Funghi, Fusilli alla Fiorentina oder Pene al Arabiata gehören zum Feinsten, wo Sie in weniger als fünf Minuten auf den Tisch zaubern können. Und auch die Zubereitung ist kinderlicht. In einer Bratpfanne vier Esslöffel Wasser erhitzen. Die tiefgekühlte Teigwarenmischung beifügen. Umrühren, zudecken und kurze fünf Minuten warten. Was? Schon fertig? Besser, schneller, günstiger ist also auch die Entwicklung bei den Fertigprodukten. Es gibt nur eines, wo wir Sie auch in Zukunft nicht davon werden können entlasten. Was? Sind wir noch nicht fertig? Easy geht's heute auch im Markenfenster zu und her. Schauen Sie doch, was Gerber zu bieten hat. Ein Falterapfel von Cheesy nach nur wenigen Minuten. Schauen wir im Replay. Der Messerli stirbt nach vorne. Bedienter Weissbrot. Ein sauberer Pass am Backofen. Jetzt ein heisser Lauf am Backofen. Ja, bravo, Cheesy! Mit Cheesy geht's easy. Cheesy kann ein Schlitten von Gerber. Beim Kauf von Eier entscheiden sich immer mehr Konsumentinnen für die Coop Naturaplan. Jedes vierte Ei bei uns kommt jetzt schon aus kontrollierter Freilandhaltung mit Legedatum und Lieferantencode. Auch Armin Amrain, verwöhnt, wenn es um Zutaten geht, hat seine Meinung gemacht und sich für den Coop Naturaplan entschieden. Grüezi miteinander. Beim Scheiterhaufen denken wir nicht sofort an ein Dessert. Lassen Sie sich darum überraschen. Eine feuerfeste Form mit Tanken ausstreichen. Mit einer Schicht Mötzlenscheiben vom Vortag auslegen und eine Schicht Töpfelscheiben drauflegen. Mit geritten Mandeln und Soltaninen bestreuen. Abgeschlossen wird der Schichterhaufen oder die Schichterbeige mit einer Lage Mötzlenscheiben. Jetzt Milch und Zucker erwärmen. Drei Eier drin verquirlen und eine halbe Zitronenschale und eine Preise Salz dazugeben. Den Guss über den Auflauf verteilen, mit ein paar Butterflocken belecken und bei 180 Grad ca. 30 Minuten backen. In der Zwischenzeit zwei Eigelbe und ein Ei und 130 Gramm Zucker schaumig rühren. Auf dem Wasserbad kräftig schlagen und der Weissweide zugeben, bis eine schaumige Creme entsteht. Im Eiswasser weiterschlagen zum Abkühlen und separat zum Scheiterhaufen servieren. Das Rezept für den süßen Scheiterhaufen können Sie wie immer nachlesen im Aktionsinserat in der Coop-Zeitung und auf dem Internet. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und alles, was wir Ihnen aus dem vielseitigen Möbelkatalog zeigen, können Sie in der Regel auch mitnehmen. Gut schlafen kann man mit dem exklusiven Trendprogramm Kiki. Die unzähligen Variationen und Einzelteile passen in jeden Wohnbereich. Zum Beispiel das Bett im Buchedekor für nur 745 Franken. Oder der vierteuerige Spiegelschrank für 995 Franken und viele weitere Kombinationsmöglichkeiten. Passend dazu finden Sie in allen Coop-Top-Tipp-Ausstellungen die Metallkleiderbügel in verschiedenen Farben zum Preis von 2,90 Franken. Auch im nächsten Beitrag geht es um günstige Preise. Es ist Zeit für die Aktionen. Alle Delisuppen von Marci kosten pro Beutel 90 Franken. Und die Doblerone-Milch gibt es im Multipack für 5,95 Franken. Auch Berliner gibt es im Multipack, und zwar für 2 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen eine Sautes aus dem E-Mail in einem Silverstone mit einem Glasdeckel für 25 Franken. Und hier noch der Preisabschlag. 400 Gramm Schlemmerfilet von Findus kostet ab sofort nur noch 6,90 Franken. Und im Coop-Restaurant offeriert Ihnen der Küchenchef feine Tortellini an einer Rahmsauce für weniger als 10 Franken. Im vergangenen Jahr konnte ein besonderer Film auch in den Schweizer Kinos einen grossartigen Erfolg verzeichnen. Mikrokosmos – das Volk der Gräser. Exklusiv bei uns bestellen können Sie jetzt attraktive Mikrokosmos-Posters in 4 Sujets aus dem Film gegen eine Portogebühr von 4 Franken bei folgender Adresse. Coop Schweiz – Stichwort Mikrokosmos – Postfach 4091 Basel. Verzichten Sie also nicht auf diese tolle Wanddekoration. Und wenn möglich natürlich auch nicht auf das nächste Coop-Studio mit den aktuellsten Einkaufstipps. Für heute bin ich aber am Schluss. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.